Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggle 66, Stunde der Wahrheit. Heute haben wir Samstag, den 3. März 2018, also den zweiten Teil des Sabbats. Ich habe ja gestern Abend am ersten Teil des Sabbats bereits eine Lesung aufgenommen von dem Buch von Griesinger. Ich muss mir eben nochmal den Text raussuchen, da habe ich nicht dran gedacht. Die Jesuiten vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt. Und wir haben letztes Mal aufgehört, oder ich besser gesagt, ich habe euch ein bisschen an der Nasenspitze herumgeführt. Weil es gibt noch einen Absatz und dann ist das Kapitel zu Ende. Das habe ich auch gemerkt, ich wusste es nicht, aber ich merkte das, wie der Text sich da hinten zugespitzt hat. Aber ich fand das so interessant mit dem IHS, mit dem Symbol der drei Buchstaben aufzuhören. Und damit das nächste Video, also dieses jetzt hier heute zu beginnen. Und das werden wir dann auch jetzt tun. Dann nehmen wir mal eben das PDF bei der Hand und dann das Bild der Lesung. Und dann nochmal eben sehen, dass wir das hier ein kleines bisschen schmaler machen. So, das ist auch gut. Und an Prozenten müsste das hier wohl mit 50% hinkommen. Ja, guck mal. Das geht auch. So kann man das lesen. Und dann gehen wir nochmal eben hier rein und kontrollieren, wo wir geblieben sind. Also es geht darum, dass sie ihre Schwüre abgelegt haben in Montmartre. Und nach ihm schwuren die sechs anderen denselben Schwur. Also Loyola hat das als erstes gemacht. Und dann haben die anderen sechs jeden Schwur nachgesprochen. Und ein jeder rief zum Schlusse Ad Majorem Dei Gloriam. Also zur größeren Ehre oder zur großen Ehre Gottes. Zur Erhöhung des Ruhmes Gottes oder zur Ehre Gottes. Das ist heute immer noch das Motto der Jesuiten. Natürlich. Das hat sich nicht geändert. Die Kapelle aber verließen sie auch nach dem Schwuren nicht. Sondern die blieben, gebete murmelnd, darin eingeschlossen. Bis in den späten Abend. Ohne dass ein bisschen Speise oder ein Tropfen Wasser über ihre Lippen gekommen wäre. Und wie sie nun endlich sich von ihren Knien erhoben, da zeichnete Ignaz von Loyola drei große Buchstaben auf den Altar. Und die drei Buchstaben hießen IHS. Was sollen diese drei Buchstaben bedeuten? Fragten die anderen. Sie bedeuten, erwiderte Ignaz mit feierlicher Stimme, EJESUS HOMINOM SALVATOR Jesus, der Retter der Menschen. Und sie sollen künftig der Wahlspruch unserer Stiftung sein. Also unserer Stiftung, der Kompanie Jesu, der Kompanie Jesus oder der Gesellschaft Jesu, wie der Name der Jesuiten offiziell ist. Diese drei Worte blieben der Wahlspruch der Gesellschaft. Und es lag in ihnen der Sinn, dass die Mitglieder derselben Gehilfen des Heilands Jesus sein wollten. Nun muss ich da eine Bemerkung zu machen. Deswegen habe ich eine kleine Note hier beigefügt, wo ich das bereits aufgeschrieben habe. Ich will da auch gar nicht groß drauf eingehen. Es gibt viele Leute, die sagen von Ja, die Jesuiten sind eine christliche Bewegung. Und keine katholische. Und die Jesuiten meinen jedes Wort, was sie davon sagen. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist wirklich der Jesus der Bibel, den sie meinen. Also ein Orden, der wie wir später lernen, der von der römisch-katholischen Kirche als ein militärischer Orden anerkannt und in Wirkung gestellt wird. Offiziell anerkannt wird und mit der Bulle Regimini Militantis Ecclesiae in die römisch-katholische Kirche aufgenommen wird, als der Orden, der alle anderen Orden überschattet. Mit dem militärischen Ziel, das wahre Wort Gottes, das in der Bibel erhalten ist, zu vernichten. Was man auch Protestantismus nennt oder was damals in den Anfängen hauptsächlich als Reform bezeichnet wurde, also Reformatismus bezeichnet wurde. Ein solcher Orden kann nicht von dem Gott der Bibel und dem Jesus der Bibel geleitet sein. Jeder, der sich dieser Meinung nicht anschließt, der diese Erklärung von mir nicht versteht und damit übereinstimmt, der sollte dieses Video jetzt besser ausschalten. Ich habe nichts gegen Katholiken, aber ich habe etwas gegen ihre Taten und gegen die Früchte ihrer Werke. Genauso wie Jesus in Offenbarung 2 auch etwas gegen die Nikolaiter hat und sagt, genau wie du hasse ich auch die Werke der Nikolaiter. Die Werke der römisch-katholischen Kirche sind Werke des Teufels. Die Früchte der Werke der römisch-katholischen Kirche sind Früchte, die an Bäumen mit Disteln und Stacheln hängen. Eben wie Jesus Christus gesagt hat, kann ein Feigenbaum Stacheln vorbringen oder kann ein Stachelbaum Feigen vorbringen. Nein, das geht nicht. Eine schlechte Wurzel kann keine guten Früchte tragen. Und die Wurzel der römisch-katholischen Kirche ist schlecht. Sie ist teuflisch. Und zur Bestätigung muss man nur Offenbarung 13 lesen, wo drin steht, dass das Tier aus dem Wasser, was allgemein anerkannt ja wohl der Vatikan ist, und die römisch-katholische Kirche, die den Vatikan, das Tier, reitet, seine Macht bekommen hat vom Drachen, vom Satan. Ganz einfach. Also es ist nicht meine Interpretation, es ist ganz einfach Bibelverständnis erklärt. So, um jetzt zurückzukommen auf den Punkt in der Buchlesung, den wir gerade besprechen. Also, diese drei Worte, IHS, Jesus homilum salvator, oder Jesus der Erlöser der Menschheit, wie das eben heißt. Jesus der Retter der Menschen, oder der Erlöser der Menschheit. Hier, und das ist ja wichtig, wir lesen hier ja nicht irgendein Buch der Jesuiten selber, sondern wir lesen hier ein Buch von Griesinger, der über die Jesuiten schreibt. Hier treffen wir wiederum die esoterische und die exoterische Lehre an. Und der Autor, Griesinger, schreibt hier und teilt uns hier die exoterische Lehre mit, also die auswendige Lehre, die nach außen hin gelehrt wird. Jesus homilum salvator, wobei die esoterische innere Lehre eine andere ist. Also nach außen hin, natürlich stehen die Jesuiten überall, man wird sie niemals anderes sagen hören. Ja, wir stehen für Jesus homilum salvator. Aber, und das sind jetzt zwei wichtige Punkte, die ich mal eben hier anholen möchte, die man bedenken muss dabei. Erstens, ist der Jesus der römisch-katholischen Kirche nicht der Jesus der Bibel? Das haben wir ja auch in der Lesung von Babylon nach Rom gelernt. Der Jesus der römisch-katholischen Kirche ist der Tammuz aus Babylon. Der wiedergeborene Sonnengott. Von daher auch, dass der Jesus der römisch-katholischen Kirche am 25. Dezember, was wir Weihnachten nennen, seinen Geburtstag feiert. Nämlich den Tag der unüberwindbaren Sonne. Ja, also es gibt zwei Jesuse. Das muss man erstmal verstehen. Das ist halt der Unterschied zwischen esoterische innere und exoterische äußere Lehre. Der Jesus der römisch-katholischen Kirche ist nicht der Jesus der Bibel. Und zweitens, ist die Abkürzung ebenfalls gleichzusetzen mit der gnostischen Lehre der ägyptischen Trinität. Isis, Horus und Zed. Die ägyptische Trinität hat natürlich ihre Basis in Babylon. Genau. Mit Nimrod, Semiramis und Tammuz. Aber sie haben hier für die ägyptische Abkürzung gewählt IHS Isis, Horus Z. Wobei Isis, Horus Z ebenso steht für Semiramis, Nimrod, Tammuz. Sind nur andere Namen, aber es geht um dieselben Personen. Wir haben ja von Babylon nach Rom gelernt, dass je nachdem in welcher Nation, in welcher Zeit der Geschichte und in welchem Reich wir uns befanden, Medo-Persien, Griechenland, Rom, ein und dieselbe Person andere Namen trug. Das ist mit Isis, Horus und Zed genau dasselbe. Das sind nur andere Namen für Semiramis, Nimrod und Tammuz. Die Trinität. Und die Trinität, die Dreieinigkeit, ist eine barylonische Lehre. In der Bibel steht nichts von einem Gott in drei Personen. Nirgendwo. Ja, ich weiß, das steht im Komma Johannäum. Das werden viele Leute anholen. Das ist, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist drei sind. Und diese drei sind eins. Das weiß ich. Aber das will nicht sagen, dass es drei verschiedene Personen sind. Ich will da jetzt auch gar nicht weiter darauf ein. Es soll ja keine Lehrstunde werden über die Trinität. Aber ich kann nur sagen, die Trinität ist eine römisch-katholische auf Babylon basierende teuflische Lehre. In der Bibel steht ganz klar drin, unser Gott ist ein Gott. Das steht im Alten Testament. Die Israeliten sagen das. Jedenfalls, wenn wir hier IHS lesen, dann muss uns da müssen wir darunter verstehen, dass nach außen hin die Jesuiten natürlich lehren, es geht um, dass Jesus der Retter der Menschen ist. Aber wir müssen auch verstehen, dass die Jesuiten niemals den Jesus der Bibel meinen können, weil sie sind ein katholischer Orden. Und die Katholiken akzeptieren nicht den Jesus der Bibel, sondern haben ihren eigenen Jesus. Und wer das nicht versteht, dem rate ich an, dass er sich nochmal die Buchlesung anhört von Babylon nach Rom oder noch ein bisschen wartet, bis ich die deutsche Lesung von Alexander Wutrow, äh von Alexander Wutrow, sag ich schon, von Ralf Wutrow, das etwas kürzere Buch Babylon Mystery Religion in Deutsch machen kann. In Englisch habe ich das ja schon gemacht, werde ich in Deutsch auch bringen, aber im Augenblick habe ich viele andere Hühner zu rupfen und andere Dinge zu mal. Also hier wollte ich nochmal eben drauf eingehen und letztes Mal im Video, da waren wir ja schon bei einer Stunde fast angekommen und jetzt bin ich schon elf Minuten damit beschäftigt, also die Zeit war da nicht mehr und deswegen finde ich es viel wichtiger, dass wir damit heute anfangen. Wir müssen uns immer vor Augen halten, wenn wir mit den Jesuiten zu tun haben. Es gibt eine innere und eine äußere Lehre. Es gibt eine für die initiierten Lehre und es gibt eine Lehre für die Außenstehenden und hier wird in dem Buch von Griesinger lediglich die Außenstehende Lehre genannt. IHS steht für Jesus Retter der Menschen. Nur wenn ich weiß, dass die Jesuiten damit im Grunde Isis Horos Set meinen und damit auf die Babylonische Trinität verweisen und dass der Jesus der Jesuiten nicht der Jesus der Bibel ist, sondern der Tammuz aus Babylon, dann habe ich das richtige Verständnis und dafür lese ich dieses Buch ja um euch dieses Verständnis auch zu geben. So und jetzt lesen wir weiter im dritten Kapitel das heißt Loyola in Rom Den ersten Anfang der Gesellschaft Jesu kennt nun der Leser Doch ging die Absicht Loyolas und seiner Genossen keineswegs dahin sogleich nachdem sie den Schwur auf dem Montmartre geleistet aufzubrechen und mit der Belehrung der Heiden und sonstigen Ungläubigen oder Ketzer zu beginnen sondern sie wollten vielmehr damit die reguläre Geistlichkeit nicht gegen sie einschreiten könnte noch so lange in Paris bleiben bis jeder von ihnen seine theologischen Studien vollendet und die Priesterweihe erhalten habe von diesem guten Vorsatz musste jedoch Ignaz selbst schon nach kurzer Zeit notgedrungen wieder abgehen denn aus Freude über den glücklichen Fortgang seines Unternehmens kasteite er seinen Leib wieder so grimmig als früher zu Manresa und er schwächte hierdurch seinen Körper so sehr dass ihm die Ärzte erklärten er müsse wenn er wieder genesen wolle notwendiger weise für eine längere Zeit ein entweder das südliche Frankreich oder Spanien aufsuchen er wählte das letztere Land nicht sowohl übrigens aus Anhänglichkeit an seine Geburtsstätte als vielmehr weil er bei dieser Gelegenheit seine beiden Gefährten Lanues und Salmeron verschiedene Familienangelegenheiten ordnen konnte wegen welcher diese sonst hätten selbst nach Spanien reisen müssen letzteres nämlich das ist die Rückkehr des Laines und Salmeron zu ihren Verwandten um mit denselben wegen ihres Vermögens abzurechnen wollte er um jeden Preis vermieden wissen und zwar einfach deswegen weil Gefahr da war es könnte denselben das trachten nach der geistlichen Ritterschaft und die Missionsmut von ihren Angehörigen entleidet gemacht werden somit somit reist somit reist also das heißt mit anderen Worten obwohl er sie trainiert hat auch mit geistigen Übungen die spirituellen Übungen hat er ihnen nicht vertraut somit reist er also im Frühjahr 1535 nach siebenjährigem Aufenthalt von Paris ab nicht jedoch ohne dass er für das weiter Gedeihen der Brüderschaft die gehörige Vorsorge getroffen und namentlich auch den Lefebvre als den ältesten nach ihm zum intermitistischen Vorstand derselben ernannt hätte also sein Stellvertreter als General der Gesellschaft die im Augenblick aus sieben Personen besteht über dem wurde abgemacht dass die äh dass die Gäste das was ist das hier für ein Wort dass die Gäste das Wort verstehe ich nicht über dem wurde abgemacht dass die Ende Januar 1937 Paris zu verlassen hätten um mit ihm in Venedig zusammen zu treffen ach die Sechse Entschuldigung also nochmal über dem wurde abgemacht dass die Sechse Ende Januar 1537 Paris zu verlassen hätten um mit ihm in Venedig zusammen zu treffen denn mit dem genannten Jahre müsste die Theologie absolviert sein und also das Studieren aufgegeben werden dagegen aber habe sofort die geistliche Ritterschaft und vor allem die Belehrung der Ungläubigen in Palästina Wohin wohin man am besten von Venedig aus gelange zu beginnen Ja Entschuldigung das Wort Sechse ist mir echt nicht abgelehnt das sieht aus wie ein G nicht wie ein S Ich habe meine Probleme mit der Frakturschrift das wird mir noch eine Weile dauern Sieht mir das bitte nach Ignatius wurde von seinen Verwandten und Familienangehörigen erreiste über Loyola und Aspetitia sehr ehrenvoll aufgenommen und noch mehr verehrte ihn das Volk das er durch seine feurigen Buß- und Sittenpredigten anzulocken wusste über dem musste nicht schon der Umstand eine ungeheure Wirkung auf den gemeinen Mann machen dass er seinen Aufenthalt nicht auf seinem väterlichen Schloss nahm sondern vielmehr im Spitale von und dass er sogar sein Brot vor den Türen bettelte während ihm doch die kostbarsten Speisen am Tische seiner Angehörigen zu Gebote standen so erlangte er bald einen großen Ruf durch die ganze Gegend und zu gleicher Zeit besserte sich auch seine Gesundheit fast zusehends dagegen aber schwanden ihm die anderthalb Jahre die er im Ganzen in Spanien zubrachte gleichsam wie im Nu dahin und die Zeit die er zur Zusammenkunft in Venedig festgesetzt hatte kam heran ehe er versah somit machte er die geschäfte welche er für leines und salmeron zu besorgen hatte schnellstens jedoch mit großem geschick ab und ging dann zum herbst oder vielmehr wenn ich recht sagen will auf 13 Personen denn auch Ignatius hatte das Glück während seines Aufenthalts in Venedig drei weitere Genossen zu finden ich meine die beiden Brüder Stefan und Jakob Eguia zwei Ravarersa von sehr guter Geburt und Erziehung sowie den Jakob Hovez aus Malaga einen sehr scharfsinnigen Mann und zugleich geschworenen Feind des Ketzertums der aber leider das heißt zum großen Leidwesen der Gesellschaft schon nach kurzer Zeit verstarb weil nun übrigens für den Augenblick mitten im Winter an die Abfahrt nach Palästina nicht zu denken war so verteilte Ignatius seine Genossen in den zwei Spitälern zu den Unheilbaren und zu St. Johann und Paul und all da widmeten sich dieselben der Krankenpflege auf eine Weise das alsbald ihr Ruhm durch ganz Venedig und noch weit darüber hinaus erscholl sie nahmen sich nämlich nicht sowohl der gewöhnlichen Kranken als vielmehr der Aussätzigen sowie überhaupt derer an welche kein anderer Märter selbst nicht gegen hohen Lohn mehr bedienen wollte und scheuten sich nicht selbst auf die Gefahr der eigenen Ansteckung die ekelhaftesten Geschwüre zu waschen oder gar wenn es notwendig war mit dem Munde auszusaugen Ja sie nahmen manchen unheilbaren Siechen Ja sie nahmen manchen unheilbaren Siechen den man eben wegen seiner Unheilbarkeit aus dem Lazarett verstoßen wollte in ihr eigen Bett auf und opferten sich also augenscheinlich für das Wohl der leidenden Menschheit was Wunder also wenn das Volk förmlich für sie schwärmte auf so eine Art und Weise macht man sich natürlich beliebt bei dem gemeinen Mann und nicht vergessen auch Satan kann zwischen Anführungszeichen Wunder vollbringen ja trotz alldem hätte der Aufenthalt in Venedig beinahe wieder schweres Unheil über Ignatius gebracht sein Feuereifer begnügte sich nämlich keineswegs mit der Krankenpflege sondern er trieb nebenbei auch das Predigen und das Volk lief scharenweise herbei wenn er auf dem Markusplatze oder ansonsten einem öffentlichen Ort auftrat um zur Buße und Heiligwerdung zu ermahnen dieser Erfolg ärgerte aber die sonstige Geistlichkeit Venedigs nicht wenig und dieselbe verbreitete daher unter der Hand das Gerücht Ignatz seien aus Spanien oder Frankreich entflohener Ketzer der nun auch Italien mit dem Gifte seiner Lehren anstecken wollte ja nicht genug an dem sie machte selbst das Inquisitionstribunal darauf aufmerksam und es war also zu befürchten dass er wie früher in Ullala und Salamanca gefänglich würde eingezogen werden In diesen kritischen Momente zeigte jedoch Loyola dass es mit seinem Verstande wie ich oben schon sagte völlig zum Durchbruch gekommen sei denn er wusste sich sofort in dem einflussreichen Johann Peter Graffer Erzbischof von Theatre durch Schmeicheleien einen hohen Gönner zu verschaffen und dieser wusste dem Handel eine solch vorteilhafte Wendung zu geben dass der päpstliche Nunzius Hieronymus Veralli zugunsten des Angeklagten entschied Eine kleine Fußnote im Zusammenhang mit dem Ort Theatre hier anscheinend Dieser Erzbischof von Theatre der nachherige Papst Paul der Vierte war derselbe welcher um jene Zeit den Orden der Theatina einen Orden regulärer Priester deren Aufgabe es sein sollte das ärgerliche Leben der Geistlichkeit zu verbessern stiftete und man behauptet nun der hohe Herr hätte den Ignaz durchaus unter seinen Ordensleuten haben wollen Dieser aber habe die Bitte abgeschlagen Das jedoch dem so war möchte ich fast bezweifeln denn einem dessen Gunst man braucht gibt man keine abschlägige Antwort und es dürfte somit wohl eher anzunehmen sein dass Peter Garaffa gar seine solche gar keine solche Anmutung an Ignazen vorstellte war ja doch letzterer damals auf nichts aus als auf die Heiden Bekehrung und war dies doch ein Vorhaben welches der Erzbischof aus vollster Seele belegte Entschuldigung also zumindest bin ich jetzt sicher dass der Ort Theater hier tatsächlich richtig ist dass ich das richtig gelesen habe und dieser päpstliche Johann Garaffa Erzbischof von Theater wurde also später Antichrist Paul der Vierte von daher ein Nachfolger von dem Paul dem Dritten da wissen wir ja der hat in 1540 Ignatius Loyola seinen Orden in der römisch-katholischen Kirche bestätigt Paul der Dritte Paul der Vierte dann eben später Auf diese Art also rettete sich diesmal Ignatius vor Schaden Allein erdruck daraus aufs Neue die Lehre dass man um ungestraft predigen zu dürfen die Priesterweihe haben müsse und er beschloss sofort die hohe Gönnerschaft Garaffas und Veralis zur Erwerbung derselben zu benutzen weil er nämlich und ganz in derselben Lage befanden sich noch mehrere seiner Genossen die Theologie nicht vollständig absolviert hatte so stand ihm das Recht die Ordination zu verlangen nicht zu dagegen konnte ihm der Papst aus allerhöchster Gnade die Erlaubnis dazu erteilen und diese Gnade zu erlangen sandte er alsbald im Frühjahr 1537 die drei hervorragendsten unter seiner Gesellschaft den Xavier Leines und Faber mit Empfehlungsbriefen Garaffas und Veralis wohl versehen nach Rom ab Die Deputation fand auch in der Tat die allerwohlwollendste Aufnahme bei Antichrist Papst Paul dem dritten dem damaligen Papster und erhielt nachdem sie das Vorhaben ihrer Verbrüderung verbrüderung zur Belehrung der Türken nach Palästina zu ziehen auseinander gesetzt nicht nur die gewünschte Erlaubnis zur Ordination für alle diejenigen ihrer Genossen die noch nicht Priester waren sondern auch noch den päpstlichen Segen und ein Präsent von 60 Dukaten als Beitrag zum Reisegeld nach Jerusalem dies war fast mehr als man hatte erwarten können und Ignatius nahm sich daher selbst vor das Geheimnis der Gönnerschaft stets so sehr als möglich zu kultivieren vor allem aber machte er von der gegebenen Erlaubnis Gebrauch und ließ sich sofort mit den Seinigen von dem Bischof von Urba die Priester Weihe geben Mit dem Frühjahr sollte nach ihrer früheren Verabredung die Reise übers Meer nach Jerusalem angetreten werden allein der jetzt eben ausgebrochene Krieg der Republik Venedig mit der Ottomanischen Pforte hemmte jede Verbindung mit dem Heiligen Lande und es musste also von der beabsichtigten Reise wenigstens für jetzt abgestanden werden Was nun tun etwa auf der faulen Haut und vom Bettel lebend liegen bleiben oder fortfahren sich dem Spitaldienste in Venedig zu widmen wie sie nun seit mehreren Monaten getan Nein Nein das wäre ein doch zu allzu enger Kreis für Männer wie sie gewesen und über dem hätten sie jetzt nicht die so lang ersehnte Priesterschaft erhalten die ihnen das Recht gab sich gänzlich dem Seelenheil der Menschen zu widmen das Recht zu predigen und durch die Predigt zu belehren ja wahrhaftig es wäre eine Sünde gewesen wenn sie von diesem Rechte keinen Gebrauch gemacht hätten und so beschloss dann Ignatius mit allen seinen Genossen als bald zum Werke zu schreiten doch nein nicht als bald sondern erst nach einer 40 tägigen Vorbereitung mit Beten und Fasten und sich selbst kasteien dann aber verteilte Ignatius seine Gesellschaft so dass er selbst mit Faber und Leines in Vincenza sein Domizil aufschlug während Xavier und Salmeron nach Montfelice Ludure Hofes und die zwei Aguia nach Treviso Levan Lejan und Rodriguez nach Bassano Bruet nach Bobadilla aber nach Berona gingen in welchen Städten sie sofort das Predigen alle zu einer Stunde und an demselben Tage begannen ich sage Predigen allein wer dieses Wort deswegen auf den Glauben käme es sei dies ein Predigen im gewöhnlichen Sinn des Wortes gewesen also des Wortes Gottes der würde sich in einem unendlichen Irrtum befinden Loyola und seine Genossen stellten sich vielmehr an irgendeinen freien Platz als irgendeiner Straßenecke wo es sehr frequent zuzugehen pflegte auf einen Stein oder etwas anderes dergleichen schwangen ihre Hüte in der Luft herum gestikulierten dazu mit Händen und Füßen und schrien einzelne Worte mit so lautem Hallo dass die Leute unwillkürlich stehen stehen hatte hatte sich dann ein gaffender Haufen gefunden so ging das Haranguieren desselben das Ermahnen zur Buße und zur Verachtung des weltlichen Wesens so wie sie umgekehrt die Schilderung der Vorzüge eines Heiligen und die Ausmalung der Reise des Paradieses für die Gottseligen auf eine wahrhaft stürmische Weise los denn feurige Beretsamkeit und glühende Begeisterung konnte man keinem der Redner absprechen das ist auch heute noch so umgekehrt aber hatte ihr Vortrag auch viel komisches indem sie ohne Ausnahme nur wenig von der italienischen Sprache verstanden und daher lateinische spanische französische und italienische Brocken im buntesten Gemisch vorbrachten trotzdem war ihr Auftreten nicht ohne Wirkung und selbst die ärgsten Spötter schlugen sich oft wenn sie eine Weile zugehört voll Reue an die Brust aber die Wirkung schrieb sich nicht von ihrem Vortrage her denn dem meist alle Klarheit und aller Zusammenhang fehlte sondern vielmehr von ihren Bewegungen von ihrem Gebärdenspiel von ihrer fantastischen Äußerlichkeit und zugleich von dem offenbaren Ernste her der aus ihren Worten sprach also mit anderen Worten haben die Jesuiten sich am Anfang da so verhalten wie Schauspieler das heute tun gestikulieren Gebärdenspiel Spielen mit dem Hut teilweise in Sprachen reden die kein Mensch da versteht ich meine wenn du in Italien bist und die fangen da an Spanisch und Französisch und Lateinisch mit zwischenzuwerfen Latein konnten die meisten wohl vielleicht in Italien dann doch zumindest aber wenn du da jemanden hast der gestikuliert da rum mit seinem Hut Gebärdensprache und Pantomime und redet ein Kauderwelsch wovon man nur jedes dritte Wort versteht dann ist das doch genauso wie heutzutage mit den Schauspielern die einen in den Bann ziehen durch eben das was sie Schauspielern was sie aktieren was sie Akteure nennt man sie ja auch deswegen also was sie dann darbieten ja und das bestätigt der Griesinger hier auch von ihrer fantastischen äußerlich gleich und zugleich von ihrem offenbaren Ernste und zugleich von ihrem offenbaren Ernste der aus ihren Worten sprach also das alles zusammen das Zusammenspiel zwischen der Sprache und der Gestik der Mimik und dem ganzen Bewegen der Gebärdensprache alles drum und dran die Bewegungen das alles zusammen hat dafür gesorgt dass die Leute in einen Bann gezogen wurden und das ist heute nicht viel anders die Technik ist natürlich viel verfeinert deswegen sagte jetzt mit Schauspielern oder sowas ja natürlich das ist nicht exakt dasselbe aber es ist eine Fortsetzung davon in den Anfängen waren die Jesuiten auch noch nicht so gut sonst wäre ihre Gesellschaft ja gleich in unmessbare Größe ausgewachsen das dauerte eine Zeit lang auch bis die sich etabliert hatten auch für sich selber bis sie selbst wussten wo sie lang gehen wollten aber ganz deutlich ist für mich hier die Parallele zu ziehen mit heute und mit Schauspielern ganz deutlich nun fahren wir fort auf diese Art trieben es Ignatius und seine Gelossen ein gutes halbes Jahr lang und zwar wie ich bereits erwähnte mit einem Erfolge auf den sie stolz sein durften während dieser Predigter Predigteifer Zeit aber machten sie alle die bittere Erfahrung dass das Gift also das Geschenk nee dass das Gift der Ketzerei manchmal sollte man die Sätze vielleicht vorher lesen aber das habe ich halt nicht habe nichts vorher gelesen während dieser Prediger Predigteifer Zeit aber machten sie alle die bittere Erfahrung dass das Gift der Ketzerei sich schon so weit tiefer in die Herzen der Menschen eingebohrt habe als es oberflächlich betrachtet der Fall zu sein schien und tief ergriffen hiervon trug sich Loyola wieder wie einstens in Paris auf welche Weise solchen grundübel gesteuert werden könnte frug tief ergriffen hiervon frug sich Loyola wieder wie einstens in Paris auf welche Weise solchem grundübel gesteuert werden könnte also wie könnte man dem entgegentreten die römische Kirche das Papsttum der Papst selbst rief er sich zu ist in der größten Gefahr und das ganze bisherige Religionsgebäude muss zusammenstürzen wenn nicht weil die früheren Stützen sämtlich von Mode zerfressen sind total neue Grundpfeile aufgeführt werden immer weiter forschte er diesem Thema nach und immer öfter besprach er sich hierüber mit seinem klügsten gebildeten und klarsten unter seinen Genossen nämlich mit Jakob Leines bis schließlich der Entschluss feststand sich dem Papste zur Verteidigung des Papsttums gänzlich zur Verfügung zu stellen sie dürften auch den Zweck zu welchem sie sich verbunden hätten den Zweck der Heidenbekehrung nie aus den Augen verlieren noch verdienstlicher aber sei es das Papsttum aber wie er es nannte das Christentum gegenüber dem Ketzertum zu retten also also auf Deutsch den Katholizismus gegenüber dem Bibeltum dem wirklichen Christentum zu retten und um diesen Zweck den sie zu verfolgen sie ja auf dem Montmartre ebenfalls geschworen hätten handle es sich nunmehr vor allem also sie machen eine Änderung ihrer Prioritäten sie sollten einmal darüber nachdenken warum wohl die Vorsehung gerade jetzt den Krieg zwischen den Türken und Venedig habe entstehen lassen gewiss aus keinem anderen Grunde als um sie von der Reise nach Palästina abzuhalten die weil sie zu etwas Größerem bestimmt seien also der Krieg zwischen den Türken und Venedig war eine Vorsehung in ihren Augen ja bieten wir also dem heiligen Vater so schloss Ignatius seine begeisterte Rede unsere Dienste an und sagen wir ihm dass wir uns entschlossen haben ein großes Heer von geistlichen Rittern aufzubringen deren ganzes Sein und Denken nur allein auf die Niederwerfung der Feinde Roms unter das Banner des Heilands gerichtet sein soll also mit anderen Worten nichts anderes als was Konstantin 321 sagte nachdem er meinte dass ihm eine Vision erschienen sei mit einem Kreuz wo drauf stand in Hocsigno Vinces in diesem Zeichen erobere ja genau dasselbe Konstantin hatte das gebraucht um bei der Schlacht an der an der Brücke von Mil Mil Ritsch oder wie das da heißt komme jetzt nicht auf den richtigen Namen um da die Schlacht zu gewinnen und die Oberhand zu gewinnen und Kaiser von ganz Kaiser von Rom zu werden im damaligen natürlich noch westlichen Reich dafür benutzte Konstantin seine sogenannte Vision vom Kreuz im Himmel mit der Aussage dabei in diesem Zeichen erobere in diesem Zeichen gewinne in hoxigno vinces so wie es in Latein heißt und mit Ignatius Loyola ist das hier im Grunde gar nicht viel anders man muss die Parallelen in der Geschichte sehen und natürlich war Konstantin ein vom Teufel besessener Kaiser der heidnischen Römer damals er hat nämlich damals das sogenannte Christentum nach Rom geholt und hat mit anderen Worten das heidnische Rom getauft mit dem Christentum und durch diese Vermischung denken ja viele Leute heute immer noch dass die römisch-katholische Kirche daraus fortgegangen ist die einzig wahre Kirche ist weil das Christentum von dem ich hier spreche das wahre Christentum das war die Nachfolge der Apostolischen Kirche auch schon mit Abfall vorsehen da das ist ganz sicher da will ich gar nicht drüber diskutieren aber es war immer noch die rein apostolische frühe Kirche und die wurde damals von Konstantin vereinnahmt und halt von dem heidnischen römischen reich getauft und das Christentum zur Staatsreligion erhoben nur war das halt nicht mehr das wirkliche Christentum sondern es war Heidentum christianisiert so muss man das denke ich verstehen und genau dasselbe im Grunde macht Ignatius von Loyola hier man sieht also wie sich Geschichte wiederholt ja Loyola sagt wir bieten also dem heiligen Vater unsere Dienste an und sagen ihm dass wir uns entschlossen haben ein großes Heer von geistlichen Rittern aufzubringen deren ganzes Sein und Denken nur allein auf die Niederwerfung aller Feinde Roms unter das Banner des Heilands gerichtet sein soll das ist nicht anders als in Hoxig Novincis von Konstantin allein nur ein paar Jahre später und dass Loyola vom Teufel besessen war das lässt sich ja nun nicht abstreiten sonst hätte man ja diese ganze Arbeit die er macht die hätte er ja gar nicht machen können wenn er nicht die Hilfe von Dämonen gehabt hätte ja diese ganzen spirituellen Übungen was nichts anderes ist als andere Leute in den Dämonen Bann zu ziehen ist nichts anderes gewesen als das und wenn Konstantin damals in Hoxig Novincis erschien in einer Vision und Loyola hier sagt von wir sorgen dafür dass der Papst dem seine Feinde alle vernichtet werden das heißt doch auch nur in diesen Zeichen Gewinne Siege Schlage deine Feinde Unser ganzes Sein und Denken soll nur auf die Niederwerfung der Feinde Roms unter das Banner des Heilands gerichtet sein das sagt Loyola hier ich sehe ganz ganz starke Parallelen mit Konstantin in 321 Der Autor fährt fort diese Worte zündeten das kann ich mir vorstellen und nicht nur erklärten sie sich sofort mit dem Vorschlag Loyolas einverstanden sondern sie begeisterten sich sogar förmlich für den Gedanken eine Phalanx Jesu zu Deutsch eine Genossenschaft von Jesus Streitern wie sich der ritterlich geborene Ignatius ausdrückte zu bilden somit wurde also der Beschluss gefasst Loyola selbst sollte sofort mit Faber und Leines nach Rom gehen und sich dem Papste zu Füßen werfen die anderen aber nehmen die Verpflichtung auf sich große Rundreisen in Italien zu machen und da so viel Mitstreiter als möglich zu werben damit sie dem Papste zur Verfügung zu stellen damit die dem Papste zur Verfügung stellende Genossenschaft eine recht ansehnliche sei also es geht darum die Gesellschaft innerhalb kürzester Zeit wachsen zu lassen dass der Papst beeindruckt ist mit welcher Armee er in der Zukunft rechnen kann die nur für ihn da ist naja Loyola ist wohl der Gründer der Sanzu Kriegstechniken der ganz genau wusste dass wenn ich erstmal das Vertrauen des Papstes habe dann habe ich den Papst auch in der Hand und für mich gibt es keinen Zweifel daran dass die Jesuiten von Anfang an die Päpste kontrolliert hatten aber dazu später vielleicht noch mehr an diesem Buch mal sehen von diesem Zeitpunkt der Anfährte Autor fort tritt die Sache des Ignatius und seiner Genossen in ein ganz neues Stadium denn es handelte sich jetzt nicht mehr von einem kleinen Missionsverein wie früher sondern von einer größeren Gesellschaft mit einem bestimmten Programm mit bestimmten Statuten ja die Statuten das ist dann die Konstitution die Verfassung der Jesuiten mit anderen Worten es handelte sich von einem neuen Orden der unter dem Titel Verlangs Jesu das Licht der Welt erblicken sollte vor der Hand übrigens hütete sich Loyola nachdem er mit seinen beiden Begleitern im Oktober in Rom angekommen war gar wohl wenn er von seinem Unternehmen sprach den Ausdruck Orden zu gebrauchen weil ihm nur zu gut bekannt war dass man im Vatikan auf sämtliche Orden ihrer erwiesenen gegenwärtigen Nutzlosigkeit halber ganz und gar nicht freundlich zu sprechen sei dagegen aber befleißigte er sich umso mehr sich seinen in Venedig gefassten Grundsatz gemäß Könner und zwar Gönner ja Entschuldigung ja dagegen aber befleißigte er sich umso mehr sich seinem in Venedig gefassten Grundsätze gemäß Gönner und zwar Gönner aller Gattungen zu erwerben um durch diese wenn auch auf Umwegen sein Ziel desto sicherer zu erwerben von diesen Gönnern nenne ich vor allem einen alten Bekannten den berühmten Pariser Professor und Doktor der Gottesgelehrsamkeit Pater Ortiz welcher sich damals im Auftrage Kaiser Karls V in Rom befand und eine bedeutende Rolle am päpstlichen Hofe spielte denn eben dieser Ortiz war es der den Ignaz dem Papste Paul dem Dritten vorstellte auch nahm letzterer das Anerbieten eine Kompanie Gesellschaft Jesu zur Bekämpfung des Ketzertums zu bilden mit großem Wohlgefallen auf und erlaubte nicht nur dem Loyola selbst in Rom in allen Kirchen zu predigen sondern räumte zugleich dem Lefebvre und Leines zwei theologische Lehrstühle an dem Collegium della Gaspient della Gaspient ein die Bahn war also gebrochen also der Bann war gebrochen sagt man heute wohl die Bahn war also gebrochen oder wenigstens der allererste Anfang war gemacht durch Ortiz wurde Loyola auch mit den beiden Kardinälen Caspar Contarini und Vincenzo Graffa zwei äußerst klugen wenn auch nicht gerade besonders heiligen Männern bekannt und beiden gefiel die Idee der Kompanie Gesellschaft Jesu ebenfalls außerordentlich wohl doch meinten sie es sollte vor allem mehr Klarheit in die Idee gebracht und ein förmliches Statut für die zu gründende Gesellschaft entworfen werden denn denn erst Zitat wenn man genau wisse was man wolle sei man imstande etwas Tüchtiges zu leisten insbesondere dürfe setzen sie hinzu die neue Gesellschaft kein Abklatsch eines der vielen schon bestehenden Orden sein sondern es müsse etwas noch nie Dagewesenes gegründet werden dessen Nutzen für das Papsttum unverkennbar sei indem es sich sonst nicht der Mühe lohnen würde seine Bestätigung durch den Papst durchzusetzen Ende Zitat Infolge dieser Weisungen berief sofort Loyola alle seine Genossen auch die Neugewonnenen nach Rom um sich mit ihnen über das zu entwerfende Gesellschaftsstatut zu beraten und dieselben befanden sich natürlich auch alsobald im Anfang des Jahres 1538 ein allein es vergingen Monate und sogar viele Monate bis sie mit der Sache zustande kamen trotzdem sie der Mitglieder nunmehr bereits nicht wenige zählten welche es an scharf Sinn und Verstand mit jedermann aufnahmen ja vielleicht wäre ihnen ihre Erfindung gar nie gelungen wenn nicht auch noch andere wie besonders der Dr. Ortis und die beiden genannten Kardinäle mitgeholfen hätten und es kann also natürlich nie behauptet werden dass die Satzungen des Jesuitismus so wie sie nachher ins Leben traten sämtlich oder auch nur zum großen Teil von Ignatz von Loyola herrühren die Idee desselben der Gedanke eine Phalanx Jesu zu errichten gehört ihm und nur ihm allein bei der Ausführung dieses Gedankens aber bei seiner Gestaltung zum Begriff und bei dem Weiterbau dieses Begriffes wirkt noch eine Menge anderer Kräfte und Köpfe mit und es ist nur schade dass es in der damaligen Zeit noch keine Stenografie gab denn sonst wäre uns ohne Zweifel der Wortlaut je nach langen und ernsten Beratungen aufbewahrt worden so dass wir genau wüssten was und wie was und wie viel jedem der Teilnehmer an denselben zuzuschreiben ist wenn dies sich aber auch so verhielt wie von jedermann selbst den allereifrigsten Jesuiten Freunden zugegeben werden muss so darf man doch auch wieder auf der anderen Seite nie vergessen dass Loyola stets die Seele der Beratungen blieb und dass die endliche Besiegung all der vielen Hindernisse welche der Gründung des Ordens entgegen standen nur allein seinem Feuereifer und seiner unbesiegbaren alles überdauernden Willenskraft zuzuschreiben ist Tja und wenn ich mir die Frage stelle woher hat er diese Willenskraft woher hat er diesen unbesiegbaren Feuereifer dann verweise ich nochmal auf Lesung Nummer 1 auf das Gedicht von dem Teufelskind wie ihr euch erinnert weil er von Dämonen besessen ist die ihm eine Kraft geben die er sonst nicht hätte das ist genau wie wenn ihr diese Videos schaut ich weiß nicht ob ihr das schon mal gesehen habt äh in Englisch heißt die they sold the devil they sold the soul to äh äh for rock and roll also auf jeden Fall das sind solche Dokumentationen wo es um diese äh hauptsächlich Heavy Metal Musikgruppen geht wie zum Beispiel ACDC aber auch KISS und äh äh andere ähm die ihre Seele verkauft haben für den Ruhm hier auf dieser Erde und dass es etliche Musiker gibt das kann man sich auf verschiedenen Quellen nachsuchen sogar eigene Aussagen gibt die sagen wenn ich auf der Bühne stehe und das und das mache das bin nicht ich das bin nicht ich in dem Augenblick nimmt ein Dämon nimmt ein anderer Geist die Person über das Fleischliche ist in dem Augenblick nur eine eine Hülle die besessen ist von einem Geist die dann die Performance also die den den Akt macht der der Person zugeschrieben wird die Person selbst ist im Grunde der dabei völlig weggetreten gar nicht anwesig gar nicht anwesend Schizophrenie kann man das auch nennen hat aber nichts mit Schizophrenie in dem Sinne zu tun weil Dämonenbesessenheit nun mal etwas anderes ist als gespaltene Persönlichkeit ja da geht es um Besessenheit und genau das ist das mit Loyola auch wir müssen das einfach verstehen wer das nicht begreift muss dieses Buch gar nicht weiterlesen wir also ich hole es mal eben hier an Epheser Kapitel 6 Verse 10 bis 18 dass es gepredigt wurde oder die Zeit erfüllt war dass auf alle Dinge zusammengefasst das ist Epheser 1 Entschuldigung 6 habe ich gesagt hier wollte ich anklicken zuletzt meine Brüder seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke zieht an den Herrnisch Gottes also die ganze Waffenschar Gottes dass ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen sondern mit Fürsten und Gewaltigen nämlich mit den Herren der Welt die in der Finsternis dieser Welt herrschen mit den bösen Geistern unter dem Himmel also das was ich euch hier erzähle ist kein Quatsch das ist biblisch begründet wir haben nicht nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen sondern mit Geistern bösen Geistern unter dem Himmel um es kurz auf den Punkt zu bringen die andere Sache eben wegzulassen diese bösen Geister genau diese bösen Geister sind genau das was in die Jesuiten einfährt dafür brauchen sie ihre spirituellen Übungen und das ist genau das was man in Loyola eben hier auch erkennt sein Feuereifer und sein unbesiegbare alles überdauernd seine unübersiegbare alles überdauernde Willenskraft hat er nur durch die geistige durch die Besessenheit eines Dämonen ist es der Teufel selber oder ist es einer seiner mächtigen Geister das ist die Frage die Frage ist aber nebensächlich verstanden werden muss nur dass diese Leute sich allein schon durch die geistigen Übungen solchen Geistern öffnen und die dann auch übernehmen und das drückt sich dann bei Loyola eben aus in seinem unbesiegbaren und überdauernder Willenskraft und Eifer den er an den Tag legt also ich finde das unglaublich wichtig dass man das auf diese Art und Weise versteht wir haben hier mit der römisch-katholischen Kirche zu tun mit der Kirche des Satan der gebraucht alle Mittel natürlich sitzen seine Dämonen nicht faul rum und bohren sie in der Nase die haben ihre Aufgabe hier zu tun die haben Menschen im Fleische dazu zu bekehren sich dem Teufel zuzuwenden weil die Leute sich eben dafür auch aufstellen genauso wie ich mich dafür aufstelle wenn ich ein Ouija-Board hinlege und mit zwei drei anderen dann anfange da so ein Ouija-Board äh zu spielen ja ist ja heute schon ganz in Mode gekommen Leute begreifen nicht dass sie sich da Dämonenpreis geben ich ja Entschuldigung aber ich finde diesen Punkt unglaublich wichtig ich meine dieses Buch ist mehr als nur ein Buch lesen wir müssen auch verstehen woher hat der Leola die Kraft er hat die Kraft aus demselben Grunde wie ich möchte gerne nochmal eben die Bibel zitieren gehen wir mal eben zur Offenbarung Offenbarung 13 ja und da steht da steht ja ganz deutlich da drin und das Tier das ich sah lesen wir hier mal Offenbarung 13 Vers 2 und das Tier das ich sah also Tier ist eigentlich eine verkehrte Übersetzung es müsste eigentlich Biest heißen weil es ist ein Unterschied zwischen einem Biest und einem Tier eine Katze zum Beispiel ist ein Tier aber nicht unbedingt ein Biest ein Biest ist eher sowas wie ein wilder ein wilder Löwe oder ein wilder Bär oder sowas das wird ein Biest gemeint aber wie auch immer das Tier das ich sah war gleich einem Pardel also einem Leoparden und seine Füße Bärenfüße und sein Mund eines Löwenmund und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Stuhl und große Macht der Drache und an anderer Stelle in der Bibel wissen wir dass der Drache die Schlange Satan der Teufel ist der gab ihm die Macht und denken wir nochmal eben zurück an das Gedicht von Ignatius Loyola das wir am Anfang dieses Buches gelesen hatten der Teufel saß in der Hölle und krümmte sich vor Schmerz weil der Mönch Luther sich gefasset das Herz das heißt die Reformation der Protestantismus zugeschlagen hat einzugreifen in der Welt ein Ring um zu stürzen die alte Ordnung der Ding das heißt das dunkle Zeitalter ist gestürzt der Ultramontane Papst ist Macht los oder hat viel von seiner Macht verloren ist's nicht genug so heulte er dass es weithin schallt dass die Arge sich wagt an die geistliche Gewalt muss er auch noch mein Eigenreich und Dominium sich erkühnen zu stürzen um und um bei meiner Großmutter er ist im Stand und erobert die Hölle wenn ich ihm nicht eine größere Macht entgegenstelle und wer wird diese größere Macht sein die sich Luther entgegenstellt Luther der jenige der die Reformation richtig in Gang gebracht hat in Europa wer stellt sich dem gegen Loyola von dem wir gerade hier lesen doch wer hilft mir in dieser schweren Not wo die Welt aus den Fugen zu gehen droht so heult der Satan und schlug sich vors Hirn das Blut gefärbt war bald die schwarze Stirn da trat die Schlang zu ihm ein altgiftig Tier welcher von Bosheit Trug und List der Bauch berstet schier und flüstert ihm leis ein paar Wort ins Ohr der Teufel in seinem Innern nicht eins davon verlor aufsprang er und erleichtert schwoll ihm die Brust und sein Auge leuchtet vor Wonn und Lust neun Monate drauf ein Weib einen Jungen gebar des Namen Don Enigo von Loyola war dieses Gedicht ist so zutreffend und man muss sich das immer wieder in Erinnerung rufen wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut sondern gegen Geister gegen Mächte der Finsternis und die Bibel selbst spricht von Satan vom Teufel als der Herr der Luft und den Gott der Welt und gegen den kämpfen wir nicht gegen Fleisch und Blut und Ignatius von Loyola ist ganz deutlich hier also mir ist das jedenfalls so deutlich wie schwarz auf weiß von Dämonen besessen die ihm ein Feuereifer und unbesiegbare und über alles andere dauernde Willenskraft zugestehen das hat der Mann nicht von sich selber genauso wie viele Propheten und andere Heilige der Bibel durch den Heiligen Geist Dinge verrichtet haben konnten die man sich so nicht vorstellen kann ich meine wisst ihr von dem Fall ich weiß jetzt nicht welcher Protestant das war aber der wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt und hat seine rechte Faust ins Feuer gehalten und gesagt die lasse ich nicht mehr los weil diese Hand die hat das und das schlechte gemacht ich weiß nicht mehr genau welcher das war und der steht da und seine Hand verbrennt und er hält den Arm die ganze Zeit ausgestreckt in das Feuer meine er selbst stand auch im Feuer aber die Hand war ausgestreckt muss sich mal vorstellen welche zwischen Anführungsstrichen übermenschliche Kraft haben diese Menschen nicht das haben sie doch auch nur weil der Heilige Geist ihnen beigestanden hat und sie getröstet hat und ihnen geholfen hat in ihrer Überzeugung dass wenn sie für Jesus sterben dass sie dann nicht für sich sterben sondern dass sie für Jesus sterben und dass sie bei der Zeit der Auferstehung ein neues Leben einen neuen Körper geschenkt bekommen und dann endlich Recht schaffen vor dem Vater sein können so wie viele Märtyrer und Streiter für das Wort Gottes vom Heiligen Geist ingegeben eine Kraft besitzen die wir heutzutage als normale Menschen als übermenschlich bezeichnen würden genau so arbeitet der Teufel auch mit seinen Dämonen die den Leuten anscheinend diese Kraft geben der Unterschied ist und das ist ein ganz wichtiger ein ganz ganz wichtiger machen muss der Heilige Geist der die Heiligen leitet der besitzt uns nicht wir sind immer noch wir der Heilige Geist leitet uns aber die Dämonen nehmen Besitz von dem Körper des Menschen an und besessen ihn und das ist der große Unterschied aber wir können in Christus sehr viel die Bibel sagt sogar alles tun der Teufel verspricht denjenigen die ihm folgen genau dasselbe und er beweist es ihnen mit Besessenheit nur sind das dann nicht mehr die Menschen selber die das tun sondern es ist der Dämon der durch dieses Fleisch wirkt und handelt ich finde das einen ganz wichtigen Punkt bei dem wir bei diesem Buch eben mal stehen bleiben sollten und ich werde meine Lesung hier auch für heute beenden auf diesen Teil und möchte euch ganz freundlich aber auch sehr eindringlich bitten dass ihr darüber nachdenkt was ich gerade gesagt habe dass ihr die Seiten die ich gerade gelesen habe selbst nachlesen und versucht zu dem selben Verständnis zu kommen nicht zu dem selben Verständnis zu kommen wie ich sondern zu dem Verständnis zu kommen dass der Heilige Geist euch eingibt und da werden wir ja sehen ob wir von dem selben Geist sprechen ich spreche auch nur das was mir durch den Heiligen Geist eingegeben ist ich selber bin ja nichts aber der Geist ist alles Jesus und nur durch Jesus Christus können wir wieder vor unseren Herrn treten nicht durch irgendwelche Dämonen in unser Leben einzuladen und irgendwelche zwischen Anführungszeichen Wunder hier auf dieser Erde zu verbringen die keine wirklichen Wunder sind und damit möchte ich es für heute belassen danke fürs zuhören zuschauen kommentieren und bis zum nächsten Mal Jörg von Jogler 66 Stunde der Wahrheit meldet sich ab möge Gott euch behüten beschützen begleiten und segnen bis dann tschüss woe woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord and their works are in the dark and they say who who seeth us and who know us so many think God does not see their sin woe to those who think they can hide from him God is grieving he knows and he seen Isaiah 29 verse 15 woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord and their works are in the dark and they say who seeth us and who knows us the eyes of the Lord are everywhere beholding the evil and God walk in the light don't try to hide from the Lord woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord and their works are in the dark and they say who seeth us and who know with us and to us to come to us to